Die werden ja so nächstes niedergerätzt. Oh! Hey, hinter euch! Guck mal! Ups! Ja, lecker. Ich weiß, wer immer schießt. Höh? AHHHHH! Wenn du schreist, muss ich immer mitschreien! Oh mein Gott! Laufschlampe! Der kann doch irgendwie rennen, oder? Ich renne doch! Du bist schon rennen? Warte, ich scheiße! Lauf! Tim ist so... Tu das! Ich weiß, warum ich der Space nicht spiele. AHHHHH! Scheiße! Was oder was? Ich wusste genau, warum ich das nicht spiele. Ich spiele es! Du spielst es doch gar nicht! Ich spiele es! Das macht mich immer so fertig. Oh nein! Du hast nicht mal ne Waffe! Hast du nicht mal dein Messer oder sowas? Drauf schießen? Keine Ahnung. Meinst du es hilft? Oh ja! Toll! Hilf immer! Mann! Ich kann auf den drauf drehen? Ja! Ich hab ihm den Arm abgedreht, was? Er steht zwischen deinen Beinen! Ja, das hatte ich auch beabsichtigt. Kann ich auch seinen Kopf zertreten? Nein. Das kannst du immer nur bei den bösen Viechern machen. Nicht bei denen die Schuhe. Auch so. Leck! Flichtender! Plasma! Sehr gut! AHHHHH! Oh mein Gott! AHHHHH! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Weißt du es noch ganz am Anfang gespielt? Schon voll im Arsch hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das hätte man sicher denken können eigentlich! Ja, eigentlich schon. Aber ich will das erstmal drauf zu. Oh! Wie mag ich das? Welche Tasse? CTL. Ich kann mich anscheinend aber nicht ducken oder so. Nee, aber das ist dein Wegweiser. Ja. Der ist so praktisch. Ja, das ist voll geil. Dann kannst du dich nicht mehr laufen. Ja. Dann brauchst du mich als Navigator nicht mehr. Dann kann ich einfach nur noch panisch schreien. Okay. Obwohl du mal als erstes schreist und ich quasi aus Reflex mitschreie. Ja! Weil ich immer Angst habe, wenn Frauen schreien. Das Ding ist schon tot. Ich glaube es ist ein Mensch. Ich glaube es ist eine von dir. Ich habe immer wieder so eine Bitch. Ich habe immer wieder so eine Bitch. Das hat es doch nicht gedacht. Das war zu viel zu schön. Oh, da kam es bestimmt durch. Komm, credits. Credits. Oh mein Gott. Stirb! Stirb! Aber guck, es ist noch gar nicht so. Credits. Was ist diese dämliche Steuer? Ahhhh! Da wollte einer kuscheln. Verpiss dich. Ich kann ja nicht mit dir kuscheln. Man! Sich so von hinten anzuschleichen. Waggonersetzung abgeschlossen. Energieknoten erhalten. Und jetzt? Ähm... Aktiviert. Kontrollraum zurückgehen. Vermut ich mal. Okay. Mama! Du musst das Ding schon treffen. Jetzt. Ah, die springen! Ja! Ja! Nein! Oh mein Gott! Das ist kein Blut! Bin ich ja schon tot? Bin ich jetzt tot? Bin ich jetzt tot? Was macht man hier? Bin ich tot? Hallo? Hilfe! Keine Ahnung, was ich hier mache. Ja, ganz viel Knapp auf mich an meinen Rücken. Höre Sie! Schlag zu! Den mach ich doch! Fuck this! Verpiss dich hier! Nein! Nein! Ah! Ey Gott, du stirbst gleich! Ja, jetzt bist du gleich tot. Ah! Oh! Ich hab dich weggemacht. Oh! Du musst vorausfinden, wie du Medikit aktivierst. Ja, stimmt. Das wär mal ne Idee. Für mich ist der Space immer der wahre Horror. Klar machst du dich deswegen so an den Stuhl fest. Isaac! Aber siehst du, Isaac spricht nicht. Isaac spricht im zweiten. Ja! Der kriegt aber erst im zweiten Teil die Stimme. Warum tut sich denn da auch nix, ey? Ah, ich hab mir den Kopf abgeschnitten. War ich das? Das war bestimmt das Viech, das mich vorhin gejagt hat. Ach, da hast du nur, ne? Wer jagt jetzt hier weh, ne? Ne? Ja, leg dich nicht mit... Dieser Mann. Ah! Okay, okay, gerade zurück! Gerade zurück! Ich will dich fressen! Schlag zu! Du hast ne Hose an! Ja! Das war Energie! Okay! Bin! 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 Ups! Das hätte man mir sagen sollen! Das hätte man mir tun sollen! Es geht doch nichts über ein schönes Upgrade! Ich höre hier schon wieder was! Uua! Das ist mein Fahrstuhl! Nimm den nächsten! Wo ist hier noch so ein Kuschelmonster da? Kuschelmonster! Kuschel! Verpiss dich! Boah, das nimmt immer noch! Nein! Du hast hier noch keine wirklichen Sieglasen abgeschnitten! So! Lag das da vorhin auch schon? Ich wusste es! 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 Cut es! Ein Arm ab! Ich wusste es! Diese Scheißviecher stellen sich tot! Ja! Könnte du! Was mir auch nicht gefällt ist, dass da gerade irgendwas lang gelatscht ist! Das sieht nur so aus durch das Kuschelmonster! Wette nicht! Ich habe nämlich einen Fuß gesehen! Du siehst aber immer irgendwo irgendwas lang laufen! Siehst du? Auf! Hey! Bleibst du hier? Scheiße! Verfehlt! Chance verpasst! Okay! Jetzt wird sich dein Leben leer an... Ja! Hör mal auf, immer so zu schreiten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin tot! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Ich bin so tot! Oh mein Gott! Stirb! Stirb! Nein! Stirb! Ich habe es überlebt! Also! Wow! Mach schießen! Du musst immer dahin, wo die Scheiße anlaufen ist! Wenn die Scheiße der Ventilator trifft, stehe ich in der ersten Reihe! Ich bin Isaac! Dafür hat er so einen großen Helm oder so! Wo bist du denn? Psch! Ah! Oh mein Gott! Hör mal auf! Verpusset! Ah! Der kommt wieder! Gieselig süß! Der hat doch nicht geschlossen! Gib ich es treten! Wie ist dein Baby? Wie ist das? Süßer, denger Scheiße! Kann ich nicht einhauen! Wollt du dich verarschen? Du kannst die Baby schon ausschlaaschen! Ja ich will! Ich habe Vater Glück! Da wasche ich aber nur für ein paar Sekunden nur. Aber guck mal, es sind so viele, da habe ich jetzt lange was vor. Kannst du den Kindergarten mit aufmachen? Im Kindergarten, im Kindergarten. Was? Wer macht den Blödsinn? Ich muss sagen, hinter dir. Ah, scheiße! Baby ist übertrieben. Das musst du einführen. Ich muss es da einführen. Mit Pinis. Das wird ihm einführen. Oh mein Isaac. Lass üben wir nochmal. Ja, so die Putschale kommst du auch nicht tiefer rein. Aber du bist halt hier. Ich will nicht. Vielleicht andersrum. Ich glaube sie kann es nicht drin. Doch. Es ist nicht drin. Es ist auf keinen Fall drin. Das ist wieder raus. Du blickst ab und packst es von hinten. Du nimmst von hinten. Ja, Mann. Dann lässt es sich vielleicht leichter einführen. Du es einfach. Okay, es geht nicht. Vielleicht musst du irgendwas anders vorher aktivieren. Du wohnst da rein. Guck mal, was hier noch an den Wänden liegt. Du wohnst. Du wohnst. Wääh! Nein! 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 Oh Scheiße. Das ist ein Jüd-Masch. Nein! Ich schieße sie einfach da rein. Mit Schmackes! Mit... Power! So Isaac. Ganz vorsichtig jetzt. Und... Willst du mich verarschen? Den Wurm. Das kann man nicht sein Das kann man nicht sein Keep it straight Das ist richtig Jetzt! Boah, ist das so gut Das hat sich ausgedrückt Ich liebe Zero Variety Das ist eine Decke Ne, jetzt müssen wir weg Ja, aber komm Aber du musst wieder Zeug einsetzen Weißt du was? Wahrscheinlich eine Batterie mitnehmen Zeug bewegen Zero-Gravity Bewegung Das ist wieder der Zero-Gravity-Sprung Oh mein Gott Oh, da ist weg Entschuldigung Oh, guck mal, schon Schlecht Wack, zwölf Oh Zeit zum Basteln Basteln, oh ja Oh, schlechte Idee Schlechte Idee Schlecht 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 Das ist nicht witzig Oh, das ist schon lang Oh mein Gott Oh mein Gott Scheiße, fuck me Nein! Was ist das? Nein! Oh mein Gott, oh mein Gott Schlecht Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Der war schön, der Tod Ich mag es gerne, wenn er so kruppiert Getüppelt im Rappen Er kriegt's rauf Oh nein Schlecht sie an uns weg Schlecht sie an uns weg Schlecht deinen Spell Ah, 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 oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Du stehst drauf, ne? Wie viele sind da noch? Ich glaube es passt Zuerst mal Da muss irgendwo die Mutter sein, gell? Die Mutter? What? Nein, lieber nicht. Ich bleib' da mit drin. Oh Gott, du bist nicht voll! Oh nein, was? Nein! Nein! Ich bleib' da drauf! Nein! 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 Oh Gott, ich hab's malet.